Meine lieben Horror-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watchpad Horror und zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich wunderbar sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr begleitet mich heute in die nächsten Kapitel unserer neu angefangenen Geschichte Prinzessin in New York City. Was für mich immer noch nicht so richtig Sinn ergibt, aber vielleicht erleuchtet uns die Geschichte noch. Im letzten Kapitel oder quasi in der letzten Folge haben wir erfahren, dass unsere Protagonistin Geburtstag hat und dass sie von ihren Freundinnen aus Hamburg besucht wird. Wo die Freunde aus Hamburg natürlich Sean und Selina heißen, was absolut viel Sinn macht. Sean hat sich auch unterm Bett versteckt, was nicht creepy ist. Also, wir lesen jetzt einfach mal weiter. I, Kapitel 3. Wir haben dieses Bild in der Kopfzeile von einem Flugzeug. Einem Flugzeug von US Airways. Und ja, das sieht nach New York aus, nehme ich jetzt einfach mal an. Und das Flugzeug befindet sich wohl gerade im Landeanflug oder startet gerade, das kann ich leider nicht genau sagen. Aber ja, mehr sieht man da jetzt auch nicht drauf. Sternchen, was zuvor mit Sean und Selina geschah. Sternchen. Flug nach NYC, jetzt boarden. Sean und Selina haben geboardet und sind ins Flugzeug gegangen. Sie suchten ihre Plätze. Als sie ankamen, war da ein wunderschönes Mädchen mit blauen Augen und langen, blonden Haaren. Sean konnte nicht aufhören, sie anzugucken, bis endlich Selina sprach. Sean, hör auf, die Tussi anzugucken. Was ist mit Ariana, das Mädchen, warum wir hier sind? Du hast recht. Selina, ich muss dich was fragen. Frag doch einfach Sean. Denkst du, sie wird glücklich sein, mich wiederzusehen? Natürlich. Sean, Ariana liebt dich. Und es wird Zeit, dass du es ihr gestehst, dass du sie auch liebst. Ich weiß, dass es Zeit ist, aber ich trau mich einfach nicht. Sean, du schaffst das schon. Sean und Selina sind mittlerweile zehn Stunden geflogen. Dinger, wie lang fliegen die nach? Von wo fliegen die bitte? Von Hamburg oder von, like, egal von welchem Flughafen du fliegen würdest in Deutschland, du würdest halt so sieben bis acht Stunden fliegen, also mehr dann auch nicht. Und die sind ja mittlerweile schon zehn Stunden geflogen, also das heißt, die fliegen immer noch. Endlich kam sie am Flughafen von New York an. Arianas Vater wartete da schon auf sie. Sean, mein Junge, Selina, ich bin so glücklich, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, dass Ariana ihren Trauma empfohlen, vergisst und Spaß haben wird mit euch. Diesen Satz habe ich auch wieder überhaupt nicht verstanden. Ihren Trauma empfohlen, vergisst und Spaß haben wird mit euch. Also, ich habe das mit dem Spaß haben verstanden, aber ich habe das mit dem Trauma empfohlen nicht verstanden. Also, ich empfehle generell niemanden ein Trauma, also, aber vielleicht ist es ja auch, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hoffen wir auch, sagten Sean und Selina gleichzeitig. Können wir mal bitte ganz kurz darüber sprechen, wie dieses Kapitel literally 461 Votes hat und 11.500 Reads. Wie ist das wirklich, wie ist das möglich? Ich würde gerne wissen, ich würde gerne wissen, wie das möglich ist. Und auch nur sieben Kommentare, was, verstehe ich nicht so genau. Verstehe ich wirklich nicht, also, tut mir leid. Kapitel 4. Kapitel 4 hat dieses Bild in der Kopfzeile von einer Kutsche mit weißen Pferdchen und die Kutsche hat roten Samtüberzug und der Kutsche hat einen fancy Zylinder auf und im Hintergrund steht ein Schloss, das könnte Schwerin, nee, ich weiß gar nicht, wo ist das? Sieht ein bisschen aus wie das Schweriner Schloss, aber kann auch sein, dass ich mich halt gerade richtig, richtig hardcore täusche. Also, falls irgendjemand weiß, was das für ein Schloss ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens sind bei mir und das für einen ganzen Monat. Für mich ist das der schönste Tag überhaupt. Und dann geschah es. Etwas, was mein Leben komplett veränderte. Punkt, 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 Punkt. Was könnte das wohl sein? Bei einem Titel wie diesen ist es natürlich überhaupt nicht vorhersehbar, deswegen werden wir jetzt mal weiterlesen. Sternchen, es klingelt an der Tür, Sternchen. Ich gehe und öffnete die Tür. Eure Hoheit, sagte jemand und knickte vor mir runter. Ich stelle mich immer vor, ihr wacht so die Tür auf und da steht so jemand und er knickt dann einfach so um, während ihr so sagt gerade so eure Hoheit und knickt einfach so weg. Das ist nicht gesund, Leute. Das ist nicht gesund. Das ist echt nicht gesund. Ja, er knickte vor ihr runter. Ich blieb erstarrt stehen. Wie bitte? Sie müssen falsch liegen. Ich bin keine Hoheit. Sie sind doch Ariana Grande. Warum denn Ariana Grande? Was ist das? Die Tochter von Rachel Grande. Okay, schön. Heißt Ariana Grandes Mutter wirklich Rachel Grande? Nee, die heißt Joan. Joan? Ja, Joan oder Juan Grande. Warum heißt die jetzt Ariana Grande? Nee, können wir nicht einfach, ich war so voll schon so drin, dass die Hauptfigur halt einfach Ariana heißt, ohne irgendwie Bezug auf Ariana Grande, aber okay, von mir aus. Ja, das bin ich. Prinzessin Grande, es ist mir eine Ehre, sie kennenzulernen. Prinzessin? Wenn ihr Mii gestattet, reinzukommen und ihnen alles erklären zu dürfen. Klar, kommt herein. Jo, es ist auch voll normal, du bist gerade so alleine zu Hause, der Vater ist literally gerade auf der Arbeit, ja. Du bist zwölf, oder wie alt war die? Vierzehn? Ist auch egal, sie ist auf jeden Fall minderjährig. Ihre minderjährigen Freunde sind auch mit anwesend, die sind allein zu Hause und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, übrigens, du bist Prinzessin oder was auch immer, darf ich kurz reinkommen und dir das erklären? Ist auch, ja klar, easy. Das macht, also, das ist doch übelst die Kinderfängerstrategie. Was geht ab? Ich würde den nie reinlassen. Wie random das auch alles ist, was passiert denn hier schon wieder? Das ist so richtig, wir sind literally, also die Kapitel sind ja nicht sehr lang und wir sind literally gerade im vierten Kapitel und schon knicken Leute um. Was geschah nur gerade? Dieser Mann nannte mich Prinzessin und kannte meine Mutter. Ihre Mutter war die ehemalige Königin von New York City. Natürlich, die Königin von New York City, wer kennt's nicht? Natürlich, da New York ja auch so alt ist, dass man sagen kann, da hat's schon eine Monarchie gegeben. Das ist halt nicht, ist historisch jetzt ganz und gar nicht akkurat, würde ich mal sagen. Vor allem auch von New York City. Also, New York City ist wirklich nicht alt. Im Vergleich zu den meisten europäischen Städten ist New York City nicht alt. Die haben kein, also, wo soll da jemals eine Königsfrau, also, das ist nicht, äh, das ist, also, diese historische Inakkuratheit regt mich gerade übertrieben auf. Es tut mir sehr leid. Doch als sie ihren Vater kennenlernte, flieh sie mit ihm weg. Wir haben Jahre nach ihr gesucht, doch als wir Informationen zu ihr fanden, sagte man uns, sie sei gestorben. Stopp, stopp, stopp. Königin? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, ihre Mutter war eine Prinzessin, genau wie sie jetzt. Hey, ich dachte, ihre Mutter war Königin. Hä? Das macht gar keinen Sinn. Okay. Ich? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, eure... Eure? Eurem... Mai? Eure Mai-istät. Eure Mai-istät. Eure... Aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Als wir erfahren haben, dass Rachel Grande eine Tochter hatte, haben wir schnell wie möglich gehandelt. Ihr Vater wurde von uns gebeten, hier nach NYC zu kommen. Wir haben sie beobachtet, Miss Grande. Ist ja auch gar nicht gruselig. Immer noch. Der Typ ist gerade einfach so reingekommen in ein Haus, wo nur Minderjährige drin sind und sagt ihr, sie haben sie beobachtet. Weil wir immer noch nicht genau wissen, ob das wirklich wahr ist, was er uns sagt. Ist das nicht toll? Ja. Nee, ist es nicht. Es ist ihr 14. Geburtstag. Nun sind sie bereit, die Anforderungen einer Prinzessin entgegen. N-eng-ge-en? N-eng-ge-gen. N-eng-ge-gen. N-ge-ge-gen zu kommen. N-ge-ge-gen. N-ge-ge-gen-ge-gen. Ich, Selina und Sean lauften schnell zum Fenster. Und da war ehrlich eine Kutsche. Zwei wunderschöne Pferde waren da. Aber wie kann das sein? Hörte ich Sean sagen. Man merkte, er ist schockiert, genau wie ich und Selina. Kapitel 5. Wir haben dieses Bild von Ariana Grande. Natürlich, ich denke jetzt einfach mal, dass es Ariana Grande ist. Haben wir in der Kopfzeile. Und ja, sie sieht halt aus, wie Ariana Grande aussieht. Und trägt ein gepunktetes T-Shirt. Das war alles, würde ich sagen. Sternchen, Shorns Sichtweise, Sternchen. Ich kann es nicht glauben. Ariana, eine Prinzessin? Nein, warte mal, eine Prinzessin? Nun gut, wie eine Prinzessin sieht sie schon aus. Aber wird sie mich dann vergessen? Ich hatte nicht mal die Chance, ihr zu sagen, dass ich sie liebe. Aber da sie nun eine Prinzessin ist, wird sie sich für jemanden wie mich nicht mehr interessieren. Naja, du bist halt auch literally gerade noch vor ein paar Kapiteln unter ihrem Bett hervorgekrochen. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob das Interesse da noch so groß sein wird. Im Palast gibt es bestimmt viele gut aussehende Prinzen. Genau, weil das funktioniert generell immer so, dass wenn du eine Prinzessin bist, heißt das automatisch, dass ganz, ganz viele Prinzen da sind. Das ist auch andersrum. Also wenn du Prinz bist, heißt es auch, dass ganz viele Prinzessinnen da sind. So funktioniert eine Königsfamilie. Genau so funktioniert das. Ich werde für sie nur ein normaler Junge sein, den sie mal geliebt hat. Wieso habe ich ihr nur nie gestanden, dass ich in sie verliebt war? Ich weiß noch genau, wann ich mich in sie verliebt habe. Es war der erste Schultag der neuen Schule. Ich wollte gerade aus der Klasse raus, als sie reinkam. Ich kam aus Versehen gegen ihr und sie entschuldigte sich leise und süß. Ihr wunderschönes, langes, braunes Haar, ihre wunderschönen braunen Augen, die strahlten. Sie war perfekt. Sie lächelte mich an und in dem Moment habe ich mich in sie verliebt. Doch als das Halbjahr vorbei war, sagte sie, sie werde umziehen und das noch nach NYC. Ich hatte nicht die Chance, zu sagen, was ich für sie empfinde. Aber ich muss es jetzt tun. Ich muss den perfekten Zeitpunkt finden und ihr es gestehen. Denn irgendwann ist es zu spät. Und mit diesem absolut dramatischen Cliffhanger enden wir auch mit diesem Video. Ich habe jetzt wieder ein paar Kapitel von dieser ganzen Geschichte gelesen und ich habe immer noch keine Ahnung, wohin das genau gehen soll, ehrlich gesagt. Also ich meine, ist ja vom Titel gar nicht vorherzusehen, dass das passiert ist jetzt. Aber ist ja auch egal. Ich weiß nicht, wohin diese Geschichte geht. Wenn ich sie weiterlesen soll, schreibt mir das gerne. Ich würde natürlich auch gerne wissen, wie es weitergeht. Also ja, mal schauen, ob wir dann damit weiterlesen, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt auch unsere Magic Mafia Love Story beendet. Das heißt, ich werde auch bald eine neue Geschichte raussuchen müssen für nächste Woche zum Beispiel. Und ja, ich bedanke mich bei euch sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt, dass ihr mir euer Gehör geschenkt habt. Ich hoffe, dass ihr mal bei den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbeischwebt, schaut, was auch immer. Da findet ihr nämlich einen Spendenlink, den Link zu meinem Wattpad-Profil, wo ihr mir natürlich eure wunderbar gefundenen Kackgeschichten schicken könnt. Und noch den Link zu meinem TikTok-Profil, Wattpad-Horror-Highlights. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da alle mal so ein bisschen drüberfliegt und drüber schaut. Und genau, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, LGME. Ich hoffe, dass Ariana ihren Traum empfohlen, vergisst und Spaß haben wird mit euch. Ach, nicht ihren Traum, ihr Trauma. Oh Gott, sorry. Meine beste Freundin und die Liebe meines Lebens sind bei mir und das für ein ganzes Monat. Für ein ganzes Monat. Ey, wisst ihr, ich bin schon so in diesem Falschlesen drin, dass ich jetzt sogar schon überrascht bin, wenn was richtig geschrieben ist und ich das dann falsch vorlese. Hammerhart. Als wir erfahren haben, dass Rachel Grande eine Tochter hatte, haben wir ganz schnell gesucht. Sie war perfekt. Sie lächelte mich an in ... Ne, 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 ach.